hallo meine freunde und herzlich willkommen zu diesem weiteren part mod pack also von lexi ghg heute wird etwas getrollt denn ich habe alles ich habe etwas gearbeitet und habe schlussendlich alles zusammen was wir benötigen benötigen schluss keypanel wo ich jetzt sollte das teuer ich frage mal ganz kurz nach wo das teuer ist lexi ich brauche mein destroyer wieder lexi gibt mir mein destroyer wieder lexi bitte lexi du hast einen eigenen habe ich nicht dann mache ich mir halt einfach neuen ich habe mein erstes nicht bekommen bei der scheiß ist das ergibt keinen sinn es ist alles das gleiche habe ich schon verstanden habe ich dann noch gemacht ich habe es vergessen ich will was das fliegen kann ohne also und nicht im regen verreckt ich will im regen und ohne regen fliegen können es nervt mich das ist komplett billig die scheiß dinger zum craften das ist kompliziert da ist die zugangskonsole hier ich habe die drecks konsole jetzt lexi 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 hast du noch deinen stab universe irgendwas ich kann es doch machen auch nice ich habe das lange gedauert nur ich glaube da fehlt nur eine kleine kleinigkeit so ich weiß gelaufen bei diesen random-never-Portalen. Keine Ahnung. Fuck. Brauch ich da noch mehr davon? Achso, wir wackeln euch wieder oder fliegen können. Das verfuckt ultra auch. Das ist so nervig gerade, wirklich. Dass er so rumschreit. Nein, der Regen. Im Game. Nein, nein, absolut nicht. Dafür ist es viel zu leise, als dass das stören würde. Aber gut. Ja, also wenn, dann würde ich sagen. Alles gut. Warte, warte, warte. Ich habe ich auch schon, oder? Ja. Ey. Hat hier irgendjemand Netherquartz gefarmt das letzte Mal bei unserer Base? Nein, der war Quartz. Da ist Netherquartz, aber ich brauche auf jeden Fall mehr. Dochendorf. Alter, wie viele Dörfer gibt es hier for real? Wann fangen wir eigentlich an eure Sachen zu machen? Was sind denn Sachen, die wir bitte machen sollen? Euer ME-System, euer Ding. Wir wollen ja alles zusammen benutzen. Wir brauchen sowas nicht. Oder Selina? Nö. Hä? Der braucht das schon. Wenn wir mit Mod spielen, warum sollen wir die dann auch, also, warum sollen wir das dann auch nutzen, so, wenn es auch ohne geht? Ach, schon, ja. Alter. Wir holen, wir klappen uns her. Also, wir gehen so mehr auf Rüstung und so, weißt? Nö, mit Arthur oder auch der Typ, mit dem ich mal Anime gucke. Ach, natürlich. Was? Nur eine Sache, ne? Warte, was hast du gerade gesagt, Selina? Ne, weil ich mal gefragt habe, mit wem ich, äh, Dings am Samstagabend immer gucke. Ah, also. Ich hab mich nicht gefragt, ich hab immer noch gefragt, wie Anime gefällt. Ne, hab ich den nicht gefragt. Ja, und du hast gefragt, mit wem und wo. Ne, das hab ich nicht gesagt. Ne, ich hab gesagt, mit anderen. Also, wenn ihr auf einen Discord wollt, dann einfach aufzusetzen die 10 in meinem Twitch-Chat. Ne, ich hasse es, ich sag's, ich hasse es, mit anderen Leuten Anime zu schauen, das nervt. Was? Nein, nein, das, das meine ich gar nicht. Aber auch, also, auch sonst, ne? Hat der Gold? Ich brauch drei Gold. Ich hab nichts davon, wenn ihr auf meinen Discord kommt, also, oh gut. Ich hab drei Gold. Aber ihr könnt's trotzdem tun. Spass. Oh, darauf hab ich Bock. Kein Spaß. Komm, 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 komm. Let's go. Oh, es hat aufgehört zu regnen, PogChamp. Jetzt die Blaze wiederfinden. Wie macht man Hodei? Wir brauchen dringend mal so einen Stromgenerator, wie die Scheiße. Wir brauchen das auch für uns. Du würd ich auch sein. Das würd ich auch sein, ja. Was machst denn du schon wieder hier? Ich hab bei derweil die Börder gefunden in eine Richtung. Und da. Perfekt. Ha, 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 ha. So. 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 Das ist Lexi. Die habe ich schon vorher da drin gesehen. Hallo. Hör auf, Sachen kaputt zu machen, Lexi. Hör auf. Komm mal aus der Base raus. Komm aus der... Hier, komm. Lexi, 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 komm. Lexi, komm. Lexi, komm raus, schnell. Ich möchte nicht mehr Lexi nennen. Hallo, 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 hallo. Ja, Selina, gib mir meine Energiezelle zurück. Mann, schau auf was. Hallo. Ich hab's nicht geschickt. Selina hat's nicht gehört, er schwirrt auf alles. Es nervt mich so sehr, da geht doch mal woanders scheiße. Ich will meine Scheiße tun. Wenn du da jetzt noch einmal reingehst, ne? Selina, kannst du die Kameras kurz abbauen und mir die Kameras geben? Selina. Bitte? Ich kenne die Kameras. Doch, von. Selina, kannst du dies? Selina, kannst du nicht. Was? Bitte verpiss dich. Hab ich bitte meinen Dixi-Daben? Hm, was ich gegen ihn hab. Was ist? Wer, wer ist, wer ist ich? Ich bin ich. Wer, wer wollt ihr den Stab jetzt haben? Die hier. Nein. Darf ich auch friedlich rausgehen? Ähm, Moment. Hier. Nein! Ja, ob ihr will, dann sieht sie es in 50 Jahren. Ich versuch, by the way, gerade auch so viel wie möglich vom Server abzufliegen, ne? Also, nicht wundern. Falls es nochmal abschmiert oder so. Dann wär's meine Schuld. Ähm, chilliges Haus, by the way. Dicker, halbes Herz. Leute, wohnt einer von euch hier, weil, also, wenn ja, probt an den Baumeister. Wo? Wo? Ähm, ungefähr genau da. Oh, Eisbikes jetzt wo, äh, Eisbiom, Dingsbums, Eiskacke im Meer. Kann ich eigentlich Essen malen? Oh, let's go, Eisbär sein. Eisbären, Paws, wo seid ihr? Fahm. Haben wir eigentlich los vom Staub? Nein. Oha, Siruben! Wie kann man sich auch? Fahm. 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 Haben wir eigentlich los vom Staub? So, dann würde ich sagen, mache ich auch erst mal jetzt eine kleine... Ich würde sagen, ich mache jetzt erst mal eine kleine Farm. Ist das für euch okay? Nice. Haben wir eine Wahl? Ja, nein, hattet ihr nicht, also. Bist du? Was laggt wieder? So, eins, zwei... Ey, man könnte so ein Video machen, so, äh, das Video endet, sobald der Server quescht. Zwei Sekunden später selber quescht. Zwei Sekunden später Video vorbei. So, äh... Also, ich sag mal so, ich bin 2500 Blöcke von der Basin während. Ähm, bitte nicht so weit fliegen. Falls du das noch nicht wusstest, der Server quescht dann. Magic? Ja? Keine Sache, könntest du eventuell Eisen farmen gehen. Warum? Also, ich sag's mal so, ich tu das schon die ganze Zeit gerade, ne? Also... Und der Server quescht eben nicht. Das weißt du ganz genau. Ich fahr mir grad bis in Glowstone. Ey, ich muss... Ich muss jetzt auch aufhören. Oh, nein! Es hat sich richtig gelohnt, Dicker! Junge, wer bin ich denn? Was hast du nur gefunden? Warte, erstmal muss ich... Sag mir nicht, dass du wegen dem Wal so stöhnst gerade. Nein, ich stöne wegen was wirklich Gute. Wegen was denn? Wegen nem Hai! Dann will ich dich da noch töten? Das ist ein Wal, oder nicht? Das ist doch ein Wal und kein Hai. Ja. Deswegen hab ich, ähm... Ach so, Pilzbion. Ja, Mann! Einfach mit Silvio. Celina, wir können das claimen. Ja? Pilzbion ist echt noch schlecht. Bauen nicht alle zusammen in dem Projekt? Ach, der was gerade seine Base ausgeschlossen hat. Ja, uh, ich hab' ich... Ich hab' dir sogar den Pin per Discord geschickt. Mhm. Du kannst doch einfaches... Sagen und wir kommen von hier außen nicht einmal raus. Elina, wir haben richtig gutes Essen. Oh mein Gott. Von hier außen können wir die Tür nicht einmal betätigen, Magic, ne? Ich weiß, guck mal. Klack, da kannst du raus. Ich hab' ne Schlüsselkarte, der braucht, ja. Das ist aber scheiße, weil keiner von uns das schon... Ich hab' mir was richtig Gutes aufgefallen. Doch, der Magic hat eine Schlüsselkarte. Sonst dir ne Geheimraum machen, nur mit deiner Schlüsselkarte. Äh, ich brauch' ne Leine. Ich hab' aber keine Leine. Aber wenn wir Leine haben, dann ist... Ja, warte, wer braucht's nicht... Ey, wer bist du da, wer bist du? Das bin ich. Ja, hier hast du die Kiecher. Ich würd' du mit so'ner Pilzkuh im Stepptaum sogar fliegen können, extrem. Damit kommst du immer wieder raus. Äh, ich will nicht Eisenfarm gehen, ich bin schon so auf Eisenfarm gegangen. Ne, jetzt mal ernsthaft. Wo sind eigentlich diese zwei Stacks Iron hin? Ich hab' ein... Ich hab' ein... Das hat irgendjemand von denen safe. Ich hab' nix. Und der war nicht online, also kann's keiner gewesen sein. Ich hab' mir selber einen Stack Iron geformt. Am Anfang der Runde, also am Anfang... Am Anfang der Runde, genau. Ja, ach, man. Ist halt wirklich scheiße, irgendjemand hat das mitgenommen. Herr Wotterfuck, warum? Was... ...tum... ...pick. Was auch immer das für'n Tier war. Äh, bin ich stupid, Digga. So. Oh, let's go, ich hab's gefunden. Nein. Nein. Er hat eine scheiße unten. Er wünscht dir viel Spaß und Abbaulebung zu leben. Kann ich eigentlich an das Seed darauf dooppen? Was ist denn da was? Fresst er an das Seed? Ne. Bro, ich komm' da nicht rein, ich bin so fett als... Bro. Fresst er so komisch als Iron. Ich komm' da ja gar nicht rein. So. So. Soll ich einfach mal schnell Weather Wayne machen? So. 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 Solche Werber war grad in der Base. Achst du noch einige Sachen... So. Zu dem spot das ist nur meiner und palabraskopf... Du genau. Entwederik直 an CHRISTIAN HEMZIN Also P ist Pilzgrubion, Selina. Aka, auch Selina sollte die Einzige sein, theoretisch, die sich den edit. Armin, könnt ihr auch machen, aber da Janne. Sie, Janne ist stillt, immerhin machen wir doch bestimmt ein Roleplay draus, so wie in Craft Attack und dann spielen wir, dann machen wir doch Fals oder was, oder? Also ich höre dafür, aber ich glaube, dafür nehmen es ein paar Leute nicht so ernst, das Projektchen. Ich nehme vielleicht die Mods nicht ernst genug, aber den Fight, den durchaus. Nein, keine Ahnung. Wer bist du? Ich gucke dann, okay, warte mal. Wer bist du? Ich bin fast los, ich bin fast los. Ey, das ist doch nicht deine Base. Ich will ja raus, aber ich kann nicht raus, Minion. Da, raus. Raus mit dir. Wow. Kein Essen, aber das ist schlecht. Mann, das ist... Ich bin fast tot, bro. Und heute, Dio. Keine Ahnung, wenn ich mich angreife. Nee. Kannst du mich zu unserer Insel-Dingsen adden? Weil ich finde da nicht... Ja, also ich habe das SS noch nicht. So, Leute. Ich weiß, es war etwas chaotisch, die bisherigen Folgen. Ab jetzt ist es nicht mehr so chaotisch. Ab jetzt strengen wir uns auch mal an und haben auch mal Ziele für... Haben auch mal Ziele. Das sind wohl zwei unterschiedlich bösen. Haben auch Ziele für die nächsten Folgen. Und dann würde ich sagen... Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis bald. Und ciao. Leute, lasst ein Abon und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns noch Spaß beim Abonんです. Und dann könnt ihr zwar in dieser Zeittakt scopeet. Und dann 911. Vielen Dank.